Hey Leute, heute für euch ein neues Highlight im Bereich der Torwart-Handschuhe, und zwar die Adela's Predator Zones Pro Battle Pack. Bei den Battle Pack Torwart-Handschuhen handelt es sich um die Torwart-Handschuhe für die WM 2014. Gleich vorneweg, es gibt für die WM nur das Pro-Modell, es gibt keinen Finger-Safe-Around oder auch keinen Ultimate, sowie keinen Fingertipp. Die Predator Zones Pro Battle Pack kommen dabei mit einer gravierenden Neuerung, außer dem Design. Es handelt sich dabei um die neue Punching Zone. Bei der Punching Zone könnt ihr es so, glaube ich, schon ganz gut sehen, sind Riefen aufgebracht, die dafür sorgen, dass ihr den Ball bei der Faustabwehr besser kontrollieren könnt. Zudem dämpfen diese Zonen den Aufprall des Balles etwas. Ballkontrolle ist ganz klar Predator, und in dem Falle gehören die Handschuhe halt auch zur Predator-Linie, was man auch am Look sehen kann. Der Look orientiert sich ganz klar am neuen Predator Instinct. Im inneren Bereich, beziehungsweise bei der Bandage, kommen die Torwart-Handschuhe mit der gewohnten Doppel-Stretch-Bandage. Zudem habt ihr wieder die Anziehhilfe mit dabei. Zwei Finger in die Anziehhilfe und dann ganz einfach in die Handschuhe reinrutschen. Die Doppel-Stretch-Bandage einmal und zweimal schließen. Und schon fällt auf, dass die Handschuhe im Bereich des Handgelenks sehr gut fixiert sind. Die Doppel-Stretch-Bandage liegt eng an und sorgt dafür, dass die Handschuhe wirklich gut sitzen. Gehen wir weit, kommen wir auf den inneren Bereich der Torwart-Handschuhe. Im inneren Bereich haben wir einen Nova-Forum-Haftschaum. Das ist der gleiche Haftschaum wie schon bei den Predator Pro oder bei den Predator Classic, die es auch für die neue Saison gibt. Im vorderen Bereich kommen wir dann zu einer Neuerung. Und zwar haben wir hier die Nova-Zone-Tech. Die Nova-Zone-Tech sind zusätzliche Zonen, die zum Haftschaum im inneren Bereich aufgebracht sind. Es handelt sich um 2 mm mehr Haftschaum-Material, den ihr in dem Bereich der Finger und im Bereich des Daumens bekommt. Es ermöglicht euch so noch mehr Grip, noch mehr Ballkontrolle. Und zudem sollen die Zonen dazu beitragen, dass die Torwart-Handschuhe sich nicht austragen. Das heißt, die Torwart-Handschuhe sollen so nicht die Passform im Bereich der Finger verändern. Dabei kommen die Torwart-Handschuhe mit einer kleinen Schutzschicht drauf. Das heißt, es ist so eine Plastikfolie drübergezogen. Die ist einfach dazu da, damit die Torwart-Handschuhe geschützt sind. Dadurch können die Torwart-Handschuhe auch am Anfang etwas eng wirken. Von der Größe hat sich jedoch nichts verändert im Vergleich zum Vorgänger. Was bei den Torwart-Handschuhen zudem noch ist? Die Predator Pro bleiben, wie ihr es im inneren Bereich sehen könnt. Seamless-Touch geschnitten. Das heißt, die Nähte im inneren Bereich sind nach innen gezogen. Dadurch liegen die Handschuhe wirklich eng an und haben eine sehr passgenaue Form. Und man hat ein sehr gutes Gefühl in den Fingern. Positiver Effekt, es kommt keine Naht in direkten Ballkontakt, da die Nähte auf der Innenseite liegen. Was beim Adidas Predator Zones Pro Battle Pack sonst noch zum Einsatz kommt, ist eine neue Zone, hier im unteren Bereich. Es handelt sich hierbei um eine Zone, die den Haftschaum zusätzlich schützt. Man hat festgestellt, dass diese Zone nahezu nie in direkten Ballkontakt kommt. Und demnach hat man sich entschlossen, hier ein etwas härteres Material aufzutragen, was dafür sorgt, dass gerade bei Bällen, die ihr unten irgendwo am Boden haltet, der Haftschaum zusätzlich geschützt wird und ein etwas abriefesteres Material kommt dabei zum Einsatz. Mit dem Adidas Predator Zones Pro Battle Pack bekommt ihr die Torwarthandschuhe in einer leichten Konstruktion, besonders flexibel und zudem mit einem wirklich außergewöhnlichen Look. Die Handschuhe gibt es in einer limitierten Auflage, das heißt es sind nur wenige dieser Torwarthandschuhe verfügbar. Wo ihr die Handschuhe kriegt, kopiere ich euch oben in die Beschreibung nochmal einen Link mit rein. Da findet ihr dann auch die Preise. Und jetzt würde mich eigentlich nur noch interessieren, was haltet ihr von den Handschuhen? Gefallen euch die neuen Adidas Predator Zones Pro Battle Pack? Oder sagt ihr, Adidas hätte für die WM doch mal was anders machen können? Seid ihr enttäuscht von den Handschuhen? Gefallen euch die neuen Handschuhe? Lasst es mich wissen bei Facebook, YouTube oder auch über Twitter. Bis zum nächsten Mal.